Die nächste Umfrage für Oskar am Freitag TV. Heute geht es um die Wurst, genauer gesagt um die Bratwurst. Wir wollen von den Gothaaren wissen, Ketchup oder Senf? Ketchup oder Senf zur Wurst? Senf. Senf. Nur Senf. Natürlich Senf. Ketchup. Senf. Ketchup. Beides. Ketchup. Ketchup. Senf. Das ist ganz klar. Senf. Ketchup. Senf. Ketchup. Senf. Oh, 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 da bahnt sich aber ein Generationenkonflikt an. Die Jüngeren sagen Ketchup, die Älteren sagen Senf. Beide sagen natürlich Ketchup oder Senf. Das bleibt spannend. Ich sage jetzt erstmal guten Appetit. Ich glaube, ich sage jetzt mal Adli aus. Ich sage jetzt mal ein, was das ist. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich sage jetzt mal ein, was das ist. Und da ist ein, was das ist. Untertitelung des ZDF, 2020